Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Hier ist der Hessische Rundfunk. Wir melden uns hier aus dem großen Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt am Main. Sie sehen heute die Endausscheidung des Grand Prix Eurovision. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, häng noch nicht ein. Hallo, ich bin allein und hab den ganzen Tag an dich gedacht. Telefon, telefon, wenn dein Ruf er klient. Den lykker, vi tror, er fast og solid, den er kun på land og på ubestemt tid. For alt vi ejer skal bort, vi tror, det er vårt. Wenn's gibt es, dass sei leinein. Ja, s gibt es, dass sei leinein.